Da habe ich schon das erste Problem. Everybody, Freunde, heißt alle, besonders hier vorne im ZDF-Fernsehgarten, so ein kleines bisschen mitmachen. Wir machen das nicht für uns, wir kennen nämlich das Programm schon. Einmal die Hände nach oben, hier bitte auf den Sitzenplätzen. Hands up! Ihr kennt das doch von Florian Silbereisen. Wenn der rauskommt und sagt, ich freue mich, dann geht die Hände nach oben und die bleibt nach oben. Ja, und das ist natürlich ungünstig, dann fließt das Blut nach unten, da hat man kein Gefühl mehr. Und um dem entgegenzuarbeiten, schlägt man die Hände aneinander, das ist durchblutungsfördernd, aber nicht alle durchnatter, sondern zack, also mit der normale zusammen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.